Ich bin um vier Uhr da gewesen, da lief hier schon das Wasser rein. Dann wurde das Schott aufgebaut, damit nicht alles in den Keller reinläuft, obwohl da ein Sammelbehälter ist. Ich habe mein Auto, was hier stand, habe ich auch weggefahren. Der Platz war auch vollkommen unter Wasser und hier sieht man ja, dass es 20 Zentimeter hoch gestanden hat. Es hat also auch hier vor der Absperrung 10-15 Zentimeter gestanden. Und die ganze Fläche war mit Wasser und es waren ungefähr vier Feuerwehrwagen da, die das abgepumpt haben. Bis wann waren die da? Bis um 5 Uhr, also heute Morgen. Die haben also gut zwölf Stunden, fast zwölf Stunden haben die gepumpt, damit das Wasser weggeht. Wie gestern war, Regenschirm gibt es nicht mehr. Der hat einen Geist aufgegeben. Arsch richtig Nasse kriegt. Da kam ja Wasser runter, das war ja nicht mehr feierlich. Und heute? Heute geht es ja einigermaßen wieder. Wir sind morgens als erstes nach dem Frühstück schön losgegangen. Da tröpfelte es ein bisschen und nachher fing es richtig an zu regnen und zu schütten. Und da waren wir schon geduscht, als wir nach Hause gekommen sind. Und heute? Ja, heute ist doch herrlich. So, jetzt geht's.